Hi, ich bin Laura und meine Leidenschaft ist das Zeichnen. Barbies waren damals nur Nebensache. Ich malte schon seit ich klein bin mit Pappies teuren Buntstiften. Ja, ich habe es von meinem Papa gemacht, so wie mein großer Bruder. Und weil ich so oft auf dem Boden saß und malte, habe ich jetzt einen Stirn gehabt. Tja, ist Pech. Schon im Kindergarten musste ich meine Freundin in pausenlosen Pferde malen und später in der Schule stand in meinem Zeugnis, dass ich alle meine Unterlagen lieber bekritzelte, als mitzuarbeiten. Und für das Video habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja, ich bin Irak. Untertitelung des ZDF für funk, 2017